Zum Keach. Schon der vorletzte Kampf des heutigen Lams, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf meiner Vendetta Fight Night 29 live für Sie hier dabei aus Wien, aus dem schönen Hallmann Dom. Nun mal die letzten Instruktionen von den Coaches, die obligatorische Cutman-Behandlung, in dem Fall Cutwoman. Dann warten wir noch von seinen Gegner, auf seinen Gegner, Rizan, Allheu, Kompf, 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 Kompf Die Stoffe ist der Gegner in die rote Ecke. Er hat sich sechs Punkte gespritten, davon vier Siege. Und war zuletzt bei Herrn Beck 28, der Volker-Ecker, Simon Leitner. Erstand aus Südien, trainiert den Volkschampion, Wiesam Al-Hacho. Und hier kommt doch schon Wiesam Al-Hacho zum Ring. Wird hier begreitet von der Fox Gym Crew. Bei der Leitung von Robert Fuchs und Henry Barnard, hier rechts im Bild. Und jetzt die Instruktion und die Kontrolle durch unseren Cutman Roland Eicher. Und dann starten wir auch gleich in den vorletzten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der Vendetta Fight Night 29. Und jetzt die Kontrolle. Die Wiesam Al-Hacho. Und jetzt geht es ja auch gleich schon los mit der ersten von drei Runden zwischen Wiesam Al-Hacho und Ibrahim Haidari. Wir beginnen hier beide ruhig abwarten. Ja, jetzt ist ja harter Leckkick vom Wiesam Al-Hacho. Wird Wirkung zeigen. Haidari lässt sich das hier nicht anmerken. Und wieder harter Leckkick, aber Heidari kann den schön rausdrehen. Schöner hat der Kick hier. Und versucht immer wieder den Leckkick, ja. Heidari kann sich hier kurz einen Takedown sichern. Und jetzt wieder schöner Takedown von Haidari. Aber Al-Hacho setzt hier gleich an. Zu einem Joke bringt er den durch. Haidari kann sich hier noch gut verteidigen. Mal versucht hier auf die Leber, auf die Niere von Haidari. Heidari macht das hier aber gut. Sichert sich jetzt hier die Halfguard. Mal stark im Ringen, stark am Boden. Mal da jetzt hier den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen. Sichert sich jetzt hier die Fullguard. Machen das hier beide sehr gut, sehr versiert am Boden. Versuchen dem Gegner jeweils wenig Platz zu lassen. Damit dieser sich nicht in eine dominantere Position vorarbeiten kann. Die letzten 30 Sekunden hier. Haidari macht das hier sehr gut, sehr dominant. Das ist das Ende der ersten Runde. Das ist das Ende der ersten Runde. Hier der harte Leg-Kick von dieser Malheu. Geräusche sehr gut ist, die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Du bist ganz wichtig. Sie wollen die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir beginnen hier beide wieder sehr stark die zweite Runde. Jetzt ist einmal Heu hier versucht Heidari von den Beinen zu holen, aber Heidari arbeitet hier gut mit dem Cage. Mal Heu hier sehr kräftet zehren diese Aktionen. Ja, ein illegales Knie zum Kopf. Ja, Nisam hat sich hier wieder erholt. Ja, jetzt wird die Runde wieder freigegeben hier vom Ringrichter. Ja, jetzt versucht hier Nisam den Single-Lag. Ja, jetzt holt sich aber hier Heidari den Rücken von Al-Hoy. Sie aufpassen, Heu hier, dass er sich hier nicht in ihr Gejoke einfängt. Ja, hat Heidari versucht den auch schon anzusetzen. Nisam macht das hier sehr gut, verteidigt sich sehr gut. Nisam, 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 Nisam! jeder bestimmte part am boden hat jetzt die wuchs auch schon drinnen jetzt eine hand noch frei bekommt könnt ihr den sack vielleicht zu machen machen das hier beide gut jetzt hat er wieder bei der wuchs drinnen setzt sich zu einem bodilog an und zu einem rea naked joke wie es einmal heu muss ja aufpassen aber der griff war nicht richtig unterm kind angesetzt zehn sekunden hier in der zweiten runde sehr guter sehr ausgeglichener kampf von beiden hier noch einmal die wiederholung sehr starken versuch immer gleich sich zu sichern das sehen natürlich auch die judges round and pound von haltari hier sehen wir den bodilog hier hätte er den arm unter das tiefer von alhoi bringen müssen und jetzt beginnt auch hier gleich die dritte und letzte runde in unserem mma amateurs zwischen wesern alhoi und ibrahim haitari jetzt geht ja einmal zu boden will hier das geschehen auf dem boden verlagern hat jetzt hier heitari im clinch aber heitari hier mit einem schönen sweep in der full guard versuchte sich hier wieder den rücken zu sichern von alhoi schafft das auch wieder beide wuchs drinnen die sind versuchte aufzustehen schönes ground and pound von heitari versuchte hier wieder einen real naked joke anzusetzen mit dem bodilog dieser schon drinnen wieso mal heitari macht das hier sehr gut nicht schlecht vielleicht schafft es heitari jetzt noch in der letzten minute den ryan naked joke durchzubringen aber alhoi macht das hier sehr intelligent und wohl ein bodilog ist mal heitari mobilisiert hier nochmal seine letzten kräfte und sweept hier heitari besucht sich jetzt hier gleich die dominante position zu sichern ist jetzt in der full guard wir schauen dass er seine hände frei bekommt die letzten 20 sekunden hier angebrochen in der letzten runde müssen wir beide jetzt noch mal alles geben alle reserven alles mobilisieren was noch im tank ist um die judges von sich zu überzeugen und das war es hier mit dem vorletzten kampf des heutigen gab es nur zu sagen zu sagen vielleicht das offizielle urteil und da darf ich ihnen auch schon den letzten kampf des heutigen gab es ansagen ein pro mme feind in der kirchskasse bis 77 kilogramm in der roten ecke der lokal matador patrick der panzer spirk vom team panzer gewicht gemacht mit 77 kilogramm 31 jahre als zwei siege zwei nieder lang in seiner bilanz vorzuweisen ihm gegenüber steht nikola urgar kovic von jim kinesiewic aus serbien 1 meter 81 groß 26 jahre jung eine bilanz von zwei niederlagen vorzuweisen bisher drei mal fünf minuten hier im mma pro sektor jetzt gibt es hier die offizielle gute verkündung und sieger hier durch punkte ibrahim heidari kann sich seine bilanz hier aufbessern jetzt gibt es noch die pokalübergabe das siegerfoto und dann geht es gleich auf den letzten kampf des heutigen abends viele Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen Patelspiech und Nikola Urgar kovic hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020